Was geht ab, meine lieben Freunde? Euer Önny hier und herzlich willkommen zur sechsten Folge der Serie Road to Quickscope Beast. Ja, meine lieben Freunde, heute bin ich mal rasiert, die Frisur sitze, ich hab ein Hemd an und das hat einen ganz besonderen Grund. Ja, wie ihr schon im Titel gelesen habt, ja, ich werde Vater. Das ist eine ziemlich schlechte Nachricht eigentlich, weil damit habe ich kaum noch Zeit für YouTube, weil wir waren jetzt vor ein paar Wochen feiern gewesen. Scheiße. Ey, scheiße. Freunde, ich kann es nicht, ey, es geht nicht, scheiße. Mein Gott, wollte ich einen schönen April-Sherz machen und habe es nicht geschafft. Scheiße, ja, auf jeden Fall, bam, erster Kill und damit herzlich willkommen zur sechsten Folge der Serie Road to Quickscope Beast, meine lieben Freunde, ey. Scheiße, bam, Junge, Alter. Alter, scheiße, Mann, da habe ich voll verkackt, voll reingeschissen, bam. Egal, wenigstens stimmen die Kids hier mal, fast die alle noch bekommen. Ja, meine lieben Freunde, ich wollte einen schönen... Oh, fuck, da hinten, guck mal jetzt. Oh, warte, den kriegen wir. Ey. Kriegen wir nicht, okay. Ja, scheiße, ich wollte einen schönen April-Sherz machen, habe es... Bam, es war... Oh, fuck, Moment. Erstmal hinlegen, jetzt kommen die ganzen Lappen. Oh, scheiße, hat er mich bekommen. Ja, Freunde, ich wollte einen schönen April-Sherz machen, aber habe es leider nicht geschafft. Ich musste so lachen, ey, kacke. Ich habe jetzt so viele... Oh, jo, der war geil. Ich habe so viele Anläufe dafür gebraucht, ne? Und jetzt habe ich wieder verkackt, Mann. Ich habe fünfmal verkackt, dann habe ich es einmal geschafft und wieder verkackt. Jetzt habe ich wieder verkackt. Ich habe nur richtig reingeschissen, Alter, reingeschissen. Von da oben, guck mal, jetzt den kriegen wir jetzt. Hallöchen! Oh, scheiße. Oh, Mann, ey. Ich werde natürlich nicht Vater freuen. Das ist der 1. April, meine Lieben. Ja, und die ganzen Mütter oder die ganzen... Die Weiber auf Facebook haben sich heute auch gedacht, machen wir mal einen schönen Scherz, posten wir mal alle, wir sind schwanger. Ja, war natürlich total unlustig. Die haben mir echt gedacht, die sind alle schwanger. So ein 13-jähriges Mädchen postet, ich bin schwanger. Habe ich erstmal runterkommentiert. Ist klar, ist klar, mein Junge. Was labert die da? Ich sage mal, schwanger, ey. Oh, fuck. Ey, verreckt doch. Warum verreckt der denn nicht? Auf jeden Fall, unser Verhältnis gerade 5 zu 5. Kann man sich nicht beschweren. Fängt da super an, Freunde. Wir werden mit der Zeit, finde ich, immer besser. Bei der 1. oder 2. Folge waren wir noch nicht so gut. Aber jetzt mit der Zeit sind wir schon bei Folge 6. Und ich würde schon sagen, wir haben einige kleine Fortschritte gemacht. Noch nicht meisterhaftliche Fortschritte, aber ich würde schon sagen, kleinere Fortschritte haben wir schon gemacht, ne? Ja, heute Abend das große Champions-League-Hinspiel im Viertelfinale hier. Barcelona gegen Atletico Madrid. Ich glaube, jetzt, wenn die Folge online kommt, beginnt gerade das Spiel oder das Spiel ist schon am Laufen, Freunde. Ja, und noch Bayern spielt heute, glaube ich. Boah, der war geil, Alter. Der war todesgeil, Alter. Auch noch Volltreffer, Alter, Junge, auf Rille. Aber Freunde, ja. Ja, ich habe heute ein schönes Hemd angezogen. Ich wollte, ey, ich wollte es so schön rüberbringen, ne? Mit Hemd, rasiert und Frisur, Frisurs ist es, ne? Aber es hat nicht geklappt. Ich habe es einfach nicht geschafft. Scheiße. Egal, Freunde. Ich habe euch alle lieb, meine Besten. Ja, ähm, was gibt es noch so Schönes zu sagen? Ja, ihr feiert alle die neue Serie Road to Commander. Das ist mir schon aufgefallen, ey. Eure Fragen sind richtig geil. Ich habe mich kaputt gelacht. Wann hat es ja ein erstes Mal? Habe ich natürlich direkt beantwortet im Let's Play. Fuck, wo sind die Gegner? Fremder, ey. Was ist das für ein Camper von hinten? Ja, Verhältnis bisher 6 zu 9. Ah, ist nicht so schlimm. Wir zocken halt übrigens Bodenangriff. Das ist ein cooler Modus, weil da gibt es insgesamt 18 Leute. Somit können wir hier mehr Leute killen. Aber auch dafür, wie wir sehen, hier öfter draufgehen. Ja, aber ist jetzt nicht so schlimm. Wir werden schon irgendwann so weit sein, Freunde. Ich denke mal so Ende von Black Ops. Wie heißt das, ne? Call of Duty Ghost, dass wir, ja, schon ein richtig krasser Quickscoper geworden sind. Also, es wird eigentlich schon, wisst du, es wird doch lange brauchen. Aber, fuck da hin, guck mal. Boah, habe ich den getroffen, Alter Junge. Habt ihr das gesehen, Freunde? Ey, Junge, was eine Präzision. Ey, warum habe ich den nicht bekommen? Präzision, Präzision, Alter, Präzision. Oh, ja, meine lieben Freunde, ey. Ja, war richtig geil, Alter. Slender kam natürlich bei euch am allerbesten an. Oh, fuck, den muss ich kriegen. Ja, habe ich. Slender kam bei euch am allerbesten an. Das habt ihr so gefeiert, wie ich und der Joe da einfach ausgerastet sind. Ey, das war so lustig, ne? Ey, ich habe mich so eingeschissen, Alter. Sonntag geht es weiter mit dem dritten Part und da bin ich dann wieder dran, Junge. Ich werde mir so in die Eier scheißen, Alter. In die Eier scheißen, ich meine in die Hose scheißen. In die Eier scheißen. Wie geht das denn, ey? Das ist ja nölogisch. Komm, wo sind die denn, Mann? Ihr rüpellosen Schweine! Wo seid ihr denn? Hier, kriegt ihr eine Granate in den Arsch? Könnt ihr mal einen After lutschen? Komm, ab geht die Post. Die Map finde ich eigentlich nicht so toll, aber gerade macht sie irgendwie Bock, weil wir eine halbwegs gute Runde haben. Ich sage extra halbwegs. Wo sind denn die ganzen Gegner? Ich dachte, das sind 18 Leute, Mann. Alle auf Rille hier. Komm. Oh, da war einer. Ja, guck mal, wie soll ich so schnell reagieren, Freunde? Das schafft man gar nicht so schnell mit der Schnaiper, Schnaiper, zu reagieren, bevor der einen gekillt hat. Ja. Da. Ja, Mann, haben wir gekommen. Retter in letzter Not, hier. Auf Rille. Da hinten auch noch. Fast. Komm, wir werfen einfach mal eine Granate da hinten hin. Vielleicht ist da jemand und kriegt die ab. Haben wir da oben einen? Nee. Oh, fuck. Fuck, fuck, von hinten. Ey, von hinten. Ich hasse es von hinten. Außer bei Weibern, da liebe ich es. Ey, Mann. Ach, ja, 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 ey. Ey, wieder von da, Alter. Den Deck kriegt... Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo, 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 wo? Wo bist du, Alter, du Bobby? Komm, Baby, da hinten. Ja, nächste Woche wird es natürlich weitergehen mit der nächsten Folge von Road to Commander. Freunde, da werde ich wieder einige Fragen beantworten. Die mit den meisten Likes in der letzten Folge natürlich wieder. Wir werden schon auch wieder lustige Sachen dabei sein. Ich habe mir schon einige durchgelesen. Oh, fuck. Ey, wieder von hinten, Alter. Verhältnis 9 zu 16. Ja, sind zwei Minus, aber haben dafür auch neun Kills. Boah, fuck, du hast es bekommen. Den habe ich aber. Den habe ich. Den hätte ich haben müssen. Den hätte ich haben müssen, ey. Ha? Ja, mein Lieben, Freunde. Wir werden heute allerdings nur eine Runde zocken, damit das Video auch schnell online kommt. Weil heute ist ja auch Champions League. Vielleicht läuft sie ja gerade schon, während das Let's Play online ist. Aber deshalb werden wir heute leider noch eine Runde zocken. Aber ich denke, das wird reichen, weil das hier Bodenangriff ist. Wir haben Headshot verteilt. Junge. Oh, fuck. Ach, Mann. Hat der mich auch weggequickt? Der sah auch so Sniper-mäßig aus. Der gedahnte Junge hier. Ist das ein Gegner? Ja, das ist ein Gegner. Ey, und ich habe den nicht bekommen. Ich dachte, das war einer von uns. Scheiße. Hätte ich Dreck kriegen müssen. Aber wir werden, glaube ich, jetzt demnächst öfter mal Bodenangriff zocken. Auch wenn wir hier richtig aufs Maul kriegen. Aber hier können wir viele Kills reißen. Ist jetzt nicht so schön, wenn wir im Minus sind. Aber, ja, aber, schön bekommen. Aber Hauptsache, es macht einfach Spaß. Es geht ja um den Spaß, Freunde. Und nicht jetzt hier um, ja, du musst hier aufsteigen. Du musst nur im Plus sein. Wir wollen unseren Spaß haben hier am Snipen. Und ja, das macht euch bestimmt, denke ich, auch Spaß hier zuzugucken, wie ich mit der Sniper abgehe. Ja, gerade geht's so. Also ich würde sagen, von Note 1 bis 6 würde ich mir heute... Ein Hund, ein Hund da. Oh, mein Gott, ein Hund. Oh, mein Gott, ein Hund. Scheiße, habe ich nicht bekommen. Ja, Call of Duty Ghost. Dort, wo die Hunde mehr Leben haben als Menschen. Das war wirklich so. Man muss die Hunde zweimal treffen, die Menschen einmal. Wo ist der Logik? Wo ist der Logik? Wo ist die Logik? Komm, ab geht die Post. Ich bin halt irgendwie so gut gelaunt, Freunde. Weil in Düsseldorf ist richtig geiles Wetter. Da hinten, boah. Warte, hab ich einen bekommen. Den auch noch jetzt hier links. Bam. Warte, warte. Bam. Da hinten auch nochmal. Bam, Junge. Ey, warum stirbt er denn nicht? Jetzt nochmal. Bam, nein. Scheiße, habe ich fast bekommen. Warum hat der ausgerechnet jetzt wieder zwei Schüsse gebraucht? Hätte ich alle bekommen. Ab geht die Post. Die, ey, fuck, die waren schnell. Für unser Verhältnis, ja, will ich gar nicht aussprechen. 15 zu 24. Ja, 15 Kills. 24 Minus Kills. Oh, fuck, nein. War doch einer. Komm, Baby, rasieren. Wir müssen rasieren ohne Rasierschaum. Ja, heute kam übrigens ein weiteres South Park Let's Play vom Joe Online. Das wird er jeden zweiten Tag bringen, weil das Spiel so aktuell ist zur Zeit. Und das wollen natürlich sehr viele von euch sehen. Deshalb wird er das jeden Tag bringen. 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 Oh, mein Gott, Alter. Oh, mein Gott. Ich habe gerade rasiert. Ohne Rasierschaum. Den Nächsten. Was ist denn hier los? Junge, wir haben einen Köter. Oh, mein Gott, Freunde. Epic Reaction. Epic Reaction, Freunde. Dafür liebe ich diese Serie einfach. So mit der Sniper alle anal zu penetrieren. Das ist doch einfach wohl göttlich. Da unten wieder der Nächste. Oh, mein Gott. Freunde, ich bin gerade voll in Fahrt wie der Rapper. Jetzt geht es ab. Von da rein. Junge, ist das geil, ey. Boah, wie ich die gerade alle rasiert habe, Mann. Ich habe vierer Killstreak hintereinander. Unser Verhältnis 21 zu 26. Nur noch fünf Kills im Minus. Boah, Baby, ist das geil, ey. Ist das geil. Hör mal. Da wird der Dieter Bohlen sagen, Geilo. Geilo Matiko. Super. Ja, ich fand dich ziemlich scheiße. Ja, Freunde, gucken eigentlich einige von euch hier. Oh, mein Gott. Wieder Headshot. Gucken einige von euch eigentlich DSDS? Weil bei der Road to Commander haben einige in den Kommentaren geschrieben. Guckst du DSDS und kannst du singen? Ja, werdet ihr in der nächsten Folge sehen, was ich da machen werde. Aber ich denke nicht, dass ich singen werde. Ey, guck mal. Ich bin nicht so der Sänger, aber vielleicht werde ich irgendwas rappen oder so. Mal gucken. So einen auf dieser Burak von DSDS. Rauschen Freestyle-Part raus. Bam. Oh, hätte ich jetzt im No-Scope gegeben, ey. Nochmal No-Scope versuchen. Bam. Ah, scheiße, warum triff ich denn nicht No-Scope? Kann man nicht sein. Ah, Freunde, ja. Ja, wie gesagt, in Düsseldorf diese Woche richtig geiles Wetter. Also, Sonne scheint, Sattler, Sittler, alles hier wunderbar. Alter, wir treffen jetzt fast immer beim ersten Mal. Fast. Also, ich brauche meistens nur noch zwei Versuche, dann sind die Gegner drauf. Da sind sie weg. Da sind sie weg. Junge, wir haben schon jetzt... Oh, fuck, ey. Oh, fuck. Ach, kacke. Da. Ey, warum stehe ich nicht... Ey, nein, okay. Guck mal, sowas verkackt man manchmal. Fuck, den holen wir uns jetzt Harzkopf, Freunde. Harzkopf. Guck mal jetzt, Harzkopf. Bäm. 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 Scheiße. Bäm. Bäm. Ey, das gibt's doch nicht. Bäm. Scheiße. Jetzt wird man von hinten gekillt, ey. Mann, den wollte ich jetzt Harzkopf holen. Ey. Ey, warum sterben die denn nicht mehr, Mann? Oh, yo. Wo kommen die denn alle her? What is it? Los mit dir. What is it? What is it? What is it? Los mit dir. Komm. Wir verlieren B. Wir verlieren B. Das juckt mich nicht. Wir wollen hier quicken. Quicken. Unser Verhältnis 26 zu 32. Das könnt ihr gerade nicht sehen wegen der Facecam. Aber ich lücke euch auch nicht an. Das ist die pure Wahrheit, Freunde. Und soll ich jetzt hier auch lügen mit den Statistiken? Ich bin immer offen und ehrlich zu euch. Ey, komm. Mann. Komm, nur ein kleiner ist die Runde vorbei. Komm, mach ich den letzten Kill oder? Ja, scheiße. Ja, mein lieben Freunde. Da ist auch das Let's Play vorbei. War halt ein richtig geiles Let's Play Bodenangriff. 26 zu 33 unser Verhältnis. Immerhin haben wir heute 26 Kills gerissen. Und davon einmal eine richtig geile Vierer-Serie. Ja, mein lieben Freunde. Ich würde mich wieder über 500 Likes freuen. Ich wünsche euch dann heute Abend viel Spaß bei der Champions League, Freunde. Wie gesagt, falls ihr unseren Kanal noch nicht abonniert habt, lasst ein Abo da. Und schaut auf unserem Kanal vorbei. Dort hat der Joe heute auch noch ein South Park Let's Play rausgehauen. Ja, morgen geht es dann weiter mit Dead Rising. Vom lieben Joe. Haut rein, meine lieben Freunde. Ich würde mich über 500 Likes freuen. Euer Pyjama-Flocken-Öni ist jetzt raus. Macht's gut und ciao. Ich werde Vater. Badum. Scheiße, haut rein, ey.